Legitim Hallo, Polizei Hört sie mich? Das hier ist nur Schießtraining, wir hatten den Kollegen von Israel Bescheid gegeben Weil wir so viele Anrufe hier bekommen haben, deswegen haben wir gedacht, was ist denn hier los? Hallo Frau Wenter Ich erkenne mich doch gar nicht Ja sicher erkenne ich sie, blonde Haare, müsste ich mir ein bisschen mehr Mühe geben, dass ich sie nicht erkenne Ich bin ja nicht blöd Sieht komisch aus, aber blöd bin ich nicht Natürlich darf ich sie erkennen Sie müssen mal ein bisschen voll das Gesetzbuch nochmal lesen, ansonsten nochmal die Brille putzen Frau Wenter So Herr Krohnik, geh mal weiter Die Wenter, die muss jetzt erstmal in Ruhe lesen, dann stören wir sie nicht Komm Alles klar Alles klar Und Wie ist jetzt Wie ist jetzt beleidigt, weil ich jetzt gesagt habe, dass sie Fahre Warum macht die das jetzt? Ich muss den Pomat ausmachen Danke Der war schon aus Ach ne, wir sind auf dem Baumstuck Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das?